Oh Ach du Scheiße, Alter Das ist wahnsinnig laut Ah, das ist auch das Ich weiß nicht, was so gut ist Ah, das ist ein Ich weiß nicht, was mit mir geht Die Scheiße hat das nicht wahr? ich weiß nicht, was die ist Ich weiß nicht, dass ich sie Oh mei, ich weiß nicht Oh nie, nie Ach nö, wieder hier nicht, weder bei Turniers, ey. Boah. Ey, widerlich. Hm. Hm. Ist der Tschau. Lichtschalter, wo ihn komplett ausüben stanzt. Hm. Ah, kipp mal, wir sind in dem Opferraum. Ah, ist ja toll. Ist ja total Tschau. Was hat er mal an? 5, 0, 3, 7, 3, 5, 0. Ja, sie hat... Oh, iiii, Alter. Oh, iiii. Ui, daire. Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Lieberentwickler. Was stimmt mit euch nicht? Was ist da? Da ist doch irgendwann mal irgendwann schief gelaufen, oder was? Hm. So ein bisschen zu viel Ovo-Martin auf der Stuhle, ja. Was soll denn das? Irgendwie, wer kommt denn auf so einen Scheiß? Was? Wieso? Oh. Hm. Hm. Was ist das? Das ist einfach nur... Das sind neue Rau-Faser-Tapete. Met... Met-Faser-Tapete. Ah, schön, Küche. Hm. Ja, gibt's ja was schönes. Na, schau. Ja, man hat doch tatsächlich ja nicht so viele Möglichkeiten jetzt hier anscheinend zu laufen. Okay, er sagt dir sehr genau, wo er dich haben will. Das Feuerzeug ist leer, na, jetzt sieht's aber, jetzt sieht's aber los hier mit den Feuerzeugen. Ah, hat so ein bisschen was von Akira. Hm. Ich weiß nicht, die kennen, dann wissen wir die Meile. Ach Gott, Leute. $$%! Beide daran denn mit ... Com einardoile ... World of War ... Oh nein, deuts! Ein Hochzeitsberater. Halleluja. Hu ... Studierter. Geh, hier einigeECONste ... Ihr wψert. Ich weiß nicht mal ansatzweise, wie du zu interpretieren bist. Ich weiß nicht, wenn du es weißt, schreib es in die Kommentare. Das ist echt eklig. Das ist echt eklig. Warum muss das denn nicht sein? Wer lässt denn sowas liegen? Hm? Ohne Scheiß, man. Das muss doch nicht sein. So, und ich will jetzt endlich die Klobe, ich kann das ablegen. Ich möchte das ablegen. Das Babyfone. Und natürlich wieder in dieses Klo. Oh, der ist hier Kelle, ey. Okay, der will also, dass wir nach oben gehen. Warte mal. Was haben wir denn jetzt, aber was sollen wir um? Was sollen wir denn jetzt um? Ja. Okay. Bring me my child. Bring me my child. Äh, ja. Nee, eigentlich, nee. Eigentlich fliegt es nicht. Hat schon so etwas mit dem Tee klappt bei dir. Wer weiß, was mit deinem Baby will passen. Ah, okay. Alles klar. Ja, wer weiß, was passiert, wenn ich dir das Baby bringe. Okay. Wir müssen also nach oben. Aber wie sieht es wieder normal aus. Normal. Aha. Aha. Na, ist ja super. Na, ist ja super. Kling, Moment. Erstmal hier. Erstmal. Zack. Das hauen wir jetzt weg. Das hauen wir jetzt anscheinend auch weg. Nein, du sollst nicht hauen. Ja, ist doch. Schmeiß es doch weg. Ach Gott. Boah. Total grau. Ach, genau. Ich muss jetzt nur wirklich nicht sehen. Oh, sieht anders aus. Oh, sieht anders aus. Das sieht anders aus. So, na dann bringen wir ihm mal das Kind. Oh, komm, nimm mit. Jetzt leg es hin. Das ist uneinem. Wirklich, wirklich uneinem. Jesus. Ist runtergefallen. Die Sonne wird so, ja. Jesus zu bunt. Vermönt. Wie haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben eins, zwei, drei, vier. Äh, schau, 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 schau. Wir haben vier. Und ich habe noch diese ominöse Kurbel. Unten ist noch ein Grammophon. Aber es ist keine Schellplatte drauf. Hast du was zu sagen? Willst du noch? Ja, na klar. Und erstmal, schönen Dank auch, was Kind gebracht und ist gleich Stress. Wunderbar. So, ich hab jetzt auch keinen Hammer mehr. So, ich hab jetzt eigentlich, haben wir überall? Waren wir überall? Äh, mit den, mit den Bildern war auch, die haben noch im Schlafzimmer durch diese Schlüssel noch geguckt. Und haben ja noch drei Bilder gesehen. Und die waren auch noch 2. Die Frage ist also, ihr könnt wetten, wir haben umgrundspiegel übersehen, ey. Ich wollte nochmal sagen. Gehen wir erstmal runter in den Keller. Da probiert man zwei Sachen aus. Ah, ob das Grammophon zu bedienen ist. Mit der Kurbel. Vielleicht licht ja auch eine Platte drauf. Und, ihr könnt. Na, wenn ich das hier schwindelig warte. So, hier kommen wir da vorne nicht ran. Das ist noch verschlossen. Hier ist das Grammophon. Da liegt keine Schallplatte drauf. Ja genau. Wie schon. Also grob besprochen. So, holen wir uns jetzt hier den Hammer. Und, ich würde nochmal sagen. Ja, wir müssen jetzt so duster hier. Warum ist das hier so fucking duster? Ähm. Und, jetzt gucken wir mal. Erste Etage vielleicht. Ne, da waren wir halt. Da haben wir uns ein bisschen hochgepunkelt. Äh. Wir können in dem. Waren wir in dem Raum von dem Jungen? Doch, da waren wir auch. Waren wir noch nicht. Wo war'n wir noch nicht? Wo war'n wir noch nicht? Wo waren wir noch nicht? Waren wir noch nicht im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Wir sind aber Atembrüche. Was ist los? Oh, nee. Nee, dann liegt da auch nicht rein. Wenn da kein Feuerzeug und nichts funktioniert, liegt da nicht rein. Okay, komm. Wir ziehen es durch. Bitte tu mir nischt, bitte tu mir nischt, bitte tu mir nischt, bitte tu mir nischt. Was? Wie? Was ist das? Was? Was ist das? Oh Gott. Oh, wieso? Oh, wieso? Komm, hau ab. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Oh. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt mit dir passiert ist, aber ein Feuerzeug, ein Feuerzeug, ein Haus. Was ekel jetzt. So, Wohnzimmer. Hm, hallo. Ja, Spiegel. Sieh an. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz überlegen, wie die Konstellation war. Ich kann mal kurz hoch. Schauen wir nochmal durch. Warum ist das hier eigentlich so fucking duster? Nicht mit mir, Freunde. So. Loch im Kopf. Loch im Kopf. 2. Und, äh, Zeitung. Mal wieder eine Leiter. Mal wieder eine Leiter. Schön. 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 Ganz sauer. Hm, 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 hm. Schön. Was? Na? Das hängt doch hin. Das haut den Nagel rein. So, hier haben wir eins von diesen Bildern. Was ist denn jetzt? Hallo? Feuerzeug? Feuerzeug? Funktioniert nicht. Natürlich nicht. Hallo? Hallo? Aha. Aha. Ja, wie schön. Schön, schön, schön. Hm, sieh an. Hier fehlen drei Bilder an der Wand. Was haben wir denn hier? Äh, du kannst diesen nicht lagern. Ich will ihn ja auch nie lagern. Okay. Mach ich das weg? Kannst du das jetzt nehmen? Dankeschön. Ja, bleibst du da? Schön. Jetzt brauchen wir Loch im Kopf. 2. Loch im Kopf, weil... Auf dem Flur, ne? Hier. Guck mal. Loch im Kopf. Kommst du mit? Exato, kommst du mit? Eine Ausstellung hier zu leiten. Toter Mann, Weihnacht. So, und jetzt, äh... Zeitungsschnipsel in der Fresse. Oha. Aha. Genau, das habe ich dahinter vermutet. Kannst du mit. Mann, du bist aber so ein Schattenleiner selbst. Ah, äh... Infusion. Infusion. Und... Mobile Sonne hiervon. Und jetzt muss ich mal kurz... 1, 2, 3, 4, 5. Und ich bin der Meinung, es sind 5, oder? Und ich bin der Fünfer. Haben wir jetzt alle? Haben wir jetzt alle? Das wäre toll. Hm. Hm. Warte mal. Schlafzimmer. 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 Na klar. Jetzt. Das jute alte Radio. Lange hat man nicht mehr ran. Und ständig mal Kehllicht an. So. Okay. Eins. Drei. Drei. Vier. Und fünf. Und nun? Und nun? Da ist ein Schlüssel versteckt. Da ist ein Schlüssel versteckt. Wer versteckt denn da ein Schlüssel, Alter? Komm. So ein Quatsch. Musikzeichen. Ah. Für hier. Na hier. Für die Musikbox. Für diese Musikbox. Eine Landspielplatte. Eine Landspielplatte. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Lalalalalala. Die hebst du mal auf. So. Nein, du musst jetzt nicht zu. Wir hören uns erst mal die an. Ich habe das. Ich weiß, dass Dolores ist, dass sie sich nicht mehr an den Tag verletzt. Sie sind extrem sicherlich bipolar. Sie werden leichtes schrecklich über kleine Dinge. Die Dinge fast immer gleich durch die Selbstverschmutzung und die Begründung für die Begründung. Es wird schwer für sie mit ihren Ausbrüllen, aber meine Liebe für sie ist noch stark. Und ich mache was, was es braucht, um sie zu übernehmen, um ihre Konditionen zu helfen. Oh nein. Ich werde Zeit für Tee. Wo habe ich das verdammt Attik? Hm. Nagern. Und wir hören uns jetzt die letzte Kassette an von George. Ich habe jetzt Angst vor dem Baby. Sie hat sich mit ihm beschäftigt. Sie sagt, sie kann ihn immer über dem Baby-Monitor hören. Auch wenn es weg ist. Die Lücke bleibt. Sie hat ihn verloren. Ich habe versucht, die Frau nicht, was nicht die Baby. Sie hat ihn verloren. Ich habe mich über den Achssens, dass sie das Baby einfach nicht gut gemacht hat. Ich habe alles gewidmet, auf die Frau in der House gut. Ich habe mich verletzt, da sind die Kassette nicht mit ihm. Ich habe die beiden Kinder. Hatten wir schon. So, das hatten wir doch schon. So, ich packe jetzt hier mal alle rein. BW-Development, BW-2, I, CT, einlagern, aufnehmen. Nehmen wir die mal mit. Wir nehmen sie raus. Und wir packen die rote rein. I fear the Dolores is getting worse by the day. Her temperaments are extremely bipolar. She gets easily upset over small... Dann würde ich sagen... Dann hatten wir alle. Okay. Einlagern. Alle. So, schön. Aber Tebdeck, wie er vorhin macht. Wunderbar. So, wir haben die Schallplatte. Wir haben einen Haken. Ihr wisst, wo es jetzt hin geht. So,? So, am I on ist das hin? So, wie, ich bin diese Haken. Oh, ja. So, wie, ich bin das. So, ja, ich bin das. Vielen Dank.